In dem Sinne, ich hoffe, es macht Ihnen viel Spaß und regt es vielleicht auch ein bisschen zum Denken an, wie das so ist mit der Kust und wie das dazu führt, dass das für Schönheit vielleicht auch ein Brot, eine Butter aufs Brot schmieren kann. Herzlichen Dank. Vielen 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 Dank.